Hallo Gnome 3, die Shell Extension NetMonitor Lite. Durch sogenannte Shell Extensions ist man in der Lage die Gnome 3 Oberfläche zu erweitern und zu ergänzen. Speziell für diese Erweiterung wurde die frische Webseite extensions.gnome.org ins Leben gerufen. Hier sind die Shell Extensions verfügbar. Eigene können zugefügt werden und installierte Extensions werden aufgelistet. NetMonitor Lite ist eine von diesen vielen Erweiterungen. Sie zeigt die Download- und Upload-Bandbreite in der oberen Leiste an. Installiert wird eine Shell Extension, indem man auf die Schaltfläche wo OFF steht klickt, links neben dem Namen der Erweiterung, so dass ein ON erscheint. Anschließend folgt man der Anweisung und klickt auf den Button installieren. Willkommen Erweiterung NetMonitor Lite. Das Plugin Gnome Shell Integration macht diesen Vorgang realisierbar. Die installiert wird eine Erweiterung wie folgt. Man startet den Dateimanager, macht auch alle unsichtbaren Dateien und Verzeichnisse sichtbar, indem man auf Ansicht klickt und dann verborgene Dateien anzeigen anklickt. Man geht ins Home Verzeichnis, ins Verzeichnis Punkt Local, Share, Gnome – Shell, Extensions und hier werden alle Erweiterungsverzeichnisse aufgelistet. Möchte man eine Erweiterung deinstallieren, löscht man einfach das Verzeichnis dazu. Man klickt mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis. So öffnet sich ein Kontextmenü und klickt auf den Eintrag in den Müll verschieben. Oder man markiert das Verzeichnis und geht auf Bearbeiten in den Müll verschieben. Und abschließend leitet man einen Gnom Shell Neustadt ein mittels Alt F2 Restart und schon ist die Erweiterung verschwunden. Hier kann man auch die Erweiterung modifizieren. Ciao und viel Glück! Vorsichtel Herr Fisch Herr Herr Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020